Es ist wieder die Zeit des Jahres, in der es warm wird, in der Thermometer unerreichte Höhen erreichen oder in Zimmern mit einem PC und drei Bildschirmen Saunen entstehen. Oder einfach gesagt, es ist Zeit für die JK100 Summer Weeks 2020! Wenn ich weiß, was die Summer Weeks sind, es ist die Zeit des Jahres, in der ich mir die Mühe mache, für sechs Wochen, jede Woche, drei Videos rauszuhauen. Immer hochgeladen am Dienstag und Donnerstag um 20 Uhr und sonntags um 13 Uhr. Jede Woche gibt es jeweils ein Projekt, darunter Klassiker wie Minecraft Redville, Re-Minecraft, Gamelab, Minecraft Server Play und Minecraft Maps. Und der aufmerkensame Zuschauer hat vielleicht gemerkt, das sind ja nur fünf Projekte. Normalerweise gäbe es ja in der sechsten Woche einen Block aus meinem Urlaub, doch aufgrund von Corona ist dieser dieses Jahr leider abgesagt worden. Daher muss ich dort noch schauen, was denn da kommt. In den letzten zwei Summer Weeks gab es ja auch jeweils ein neues Projekt, Gamelab und Re-Minecraft. Dieses Jahr wird es zwar kein neues Projekt geben, dafür aber eine andere Neuerung. Es wird, sofern nichts dazwischen kommt, jeden Samstag um 15 Uhr einen Livestream auf twitch.tv slash jk100 geben. Schaut dort also gerne mal rein. Und ja, das war's auch schon. Morgen geht's dann direkt los mit der ersten Woche und Minecraft Server Play. Abonniert, um kein weiteres Video zu verpassen, den Glock aktivieren, damit ihr überhaupt nichts verpasst. Und schaut auch gerne auf Instagram und Twitter vorbei, um noch weniger zu verpassen. Und wir sehen uns morgen. Ciao!